Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Star Trek Space Engineers. Das will ich auch nicht. Was will ich denn? Das! Objektverwaltung. Ich würde gern nicht Charaktere. Entitätenliste. Wo ist er denn? Er wie in Riva. Ich finde ihn gar nicht. Warum finde ich denn den blöden Riva nicht? Anzeigename. Den Riva, den sehe ich doch direkt vor mir. Entfernen. Tata! Und das, Freunde, hat schon so ein bisschen was von einem Gefecht. Ne, im Ernst, ich hatte das Problem, dass jetzt dieses Schiff hier echt ein bisschen im Weg ist. Und ich will aber nicht, dass das kaputt gemacht wird. Wir können gleich, gerne mal gleich nochmal ein großes Gefecht anzetteln. Aber bitte erst, wenn das Schiff fertig ist. Ich brauche hier nicht den ganzen Abend daran, dieses blöde Schiff fertig zu bauen. Und dann kommen diese blöden Riva und erzählen mir von wegen, äh... Ja, doch, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Sehe ich einfach nicht. In den Winter. So. Das haben wir. Das haben wir auch. Dann kommt hier die Küche rein. Aha. G. Rampe. Die möchte ich hier auch gerne einbauen. Acht. Zwei, zwei, drei. Vorne können wir dann so Antenne und Ohrdetektoren reinsetzen. Gyroskop und haste nicht gesehen. Da gibt es ja unglaublich viel, was wir hier machen können. So, pass mal auf. Jetzt geht es hier rund. Zack. 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 Ist das nicht toll? Nee, es ist nicht, wenn meine eigenen Waffen ständig alles kaputt machen. Das nervt ein bisschen. So, dann haben wir die... Neun. Neun. Die Acht, die Acht, die Acht, die Acht, die Acht. Ich fühle mich jetzt auch schlecht, weil ich beschissen habe. Ich bin ehrlich. Finde ich nicht gut. Aber was soll ich denn machen? Ich bin auch nur ein armer, kleiner Mensch. Jetzt kommt die Neun nochmal. Zack. 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 Und hier unten das Gleiche auch. Machen wir hier die Neun. Dann kommen ja noch die Antriebe dazu. Oh, bitte sagt, dass die Eikorsschiffe nicht mich entdeckt haben. Ach, Gott sei Dank. Also ein Krieg gegen alle wäre jetzt auch ein bisschen dolle hart. Da würde ich, glaube ich, anfangen zu weinen. Ganz männlich. Auf die männlichste Art und Weise, die ihr kennt. Oder jemals in eurem Leben überhaupt nicht gesehen hättet. Zack. Okay, die entfernen sich beide. Drei Eikorsschiffe. Ich hoffe, dass sie sich entfernen. Nicht, dass die nur ansteigen, um sich dann zu entfernen. Das wäre ja auch ein bisschen blödsinnig. So, acht. Ich hoffe, dass die Warpgondeln hier noch daneben passen. Das wäre sonst ein bisschen dolle peinlich. So, die acht. Zack. Doch, wir machen das als geschlossenes, einfaches Schiff. Habt ihr eigentlich recht? Klar, warum nicht? Die neun, die kommt hier dran. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mit Solarmodulen arbeiten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, Bordrestaurant. Acht. Zack. Zack, zack, zack. Was haben wir hier schönes? Hier können wir eigentlich gleich... Können wir eigentlich gleich? Moment, warum kommen die jetzt beide näher? Das verstehe ich noch nicht ganz. Können wir mich nicht in Ruhe lassen? Wäre das nicht eine solide Sache? Eine runde Sache? Können wir nicht auf mich schießen? Wäre das nicht lustig? Ohne mein Schiff dabei vielleicht zu beschädigen? Das wäre doch... Wäre das nicht mal lustig, Freunde? Diese I-Core-Schiffe, die machen mich gerade ein bisschen fertig. Ich will die nicht hier haben. Wirklich. Ich möchte mein Schiff hier fertig bauen. Lasst mich das Schiff weiter bauen. Okay. So, ähm, wir haben... Oh. Nein. Aus. Böse. Okay, ich werde jetzt mal die großen Laser einstellen. Das ist hier nichts mehr. Auf irgendwelche... Was soll das denn? Die Aurora Combat Laser, die konnte ich mal einstellen. Wisst ihr noch? Waren das noch Zeiten? Was ist denn? Das finde ich ja irgendwie doof. Wir müssen dringend damit beginnen, das Schiff hier zu bauen. Irgendwann muss ich die Batterien unterbringen. Die würde ich glatt versuchen, hier vorne unterzubringen. Das ist aber auch alles schwierig hier. So, jetzt machen wir hier noch Förderband. Gut. Nein. Hört auf, auf mein scheiß Schiff zu feuern. Verdammt. Oh, werde ich da sauer. Wirklich. So, wir haben das hier. Jetzt mache ich folgendes. Ohr-Dingsbums. Ohr-Dingsbums. Antenne. Hm. Fünf. Zack. Wird ich hier unterbringen. Ohr-Dingsbums. Boah, Sekunde. Ich will nur das blöde Schiff hier endlich fertig kriegen, ne? Kann ich nicht einfach das hier. Nein. Das hier. Nein. Das hier. Ja. Ähm. I-Core. Du wirst entfernt. Du wirst entfernt. Und du wirst entfernt. Ihr seid wunderbare Schiffe gewesen. Ich danke euch vielmals für euren Einsatz. Mein Problem liegt daran, dass mein Schiff halt noch nicht fertig ist. Und das tut mir wirklich leid. So, Gyroskop. G. Wie ein Gyroskop. Würde ich, ähm, vier Stück einbauen. Eins. Oder unterhalb. Unterhalb wäre dann ja auch nicht schlecht. Fünf. Jetzt gibt es die fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das finde ich solide. Jetzt kommen die Batterien. Dann nehmen wir die sechs. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Das Ganze würde ich einmal noch nach hier und nach hier. Und hier. Und nach hier erweitern. Dann brauchen wir eine Fernsteuerung. Die ist wichtig. Was ist denn? Warum ist er denn so eine Lusche? Wieso ist der Weltraum Astronaut und stirbt alle Nase lang? Das ist wirklich nicht okay. Okay. Wirklich. So eine Weltraum Lusche. Hilf mir. Ich bin gewillt das Game sogar umzubenennen. Und dann haben wir noch ein G für gravimetrisches Etwas. Ja, guck mal. Den brauchen wir. Was brauchen wir noch auf dem Schiff? Eine Antenne. So viel ist klar. Sieben. Kann ich die hier rein? Ne, die ist zwei lang, ne? Verflucht. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann machen wir den hier. Zack. Und zack. Und setzen die einfach hier oben dran. Fragt mich nicht, wieso ich sowas machen sollte. Aber was Besseres fällt mir gerade echt nicht ein. Lücke brauche ich wieder. Ist jetzt nicht das schönste Schiff. Und definitiv habe ich noch überhaupt nicht alles drin. Weitere Schilder werden noch ganz schnieke. Da würde ich mich definitiv drüber freuen. So, was haben wir hier noch Schönes drin, was ich gebrauchen könnte. Ähm. Ich werde hier wahrscheinlich sowas wie ein Luftverteilungssystem brauchen, ne? Okay. Dann brauchen wir noch ein Vent. Nicht wer Vent. Mein Gott, lerne Deutsch. Wisst ihr, weil es war gar kein Deutsch. Das war das Lustige daran. Schön. Hat Spaß gemacht. Drüben nochmal. Kommt hier die sieben hin. Das kommt nach hier. Auch die sieben. Zack. Kommt hier vier. Und zwar nach hier. Das hat sich geräumt. Und zieht sich bitte einmal hier überall unten durch. Hört doch bitte auf, auf mein Schiff zu schießen. Weißt du, ich würde es ja nicht mal als schlimm bezeichnen. Wenn es nicht mein eigenes Schiff wäre. Oder meine eigenen Waffen, die mich hier kaputt machen wollen. Das wäre eigentlich alles voll clean. Alles voll cool. Wenn mich nicht alle Nase lang irgendwas umbringen wollte. So, dann nehmen wir hier G. Dann nehmen wir, ähm, Door. Gucken mal, welche Door wir hier so haben. Der Passenger Door. Die kommt dann wahrscheinlich eher so hier so hin. Die kommt dann eher so hier so hin. Die kommt hier eher so hier so hin. Die kommt dann eher so hier so hin. Dann haben wir die Fünf. Die kommt dann eher so hier so hin. Finde ich schon sehr beeindruckend. So. Was haben wir noch Schönes? Wir haben die Optionen. Hier hinten noch Sauerstoffverteiler einzubauen. Ungefähr gleich so. Über die Sieben. So. Zack. Das haben wir. Oh, das tat weh. Hier ist schon wieder alles zerschossen worden. Oh, ich kriege die Krise wirklich. Mein Gott, diese Zerstörungswut hier. So, dann kommt das hier weg. Let's do it, das war gerade richtig clever. So, jetzt brauchen wir noch eine Solar. Damit das Strom hat. Ich brauche Träger. Und dann könnte ich theoretisch nämlich schon die ersten Drohnen drauf loslassen. Das ist ein cleverer, was ich hier mache. Jetzt hat das Ding nämlich Strom. Jetzt baue ich noch das Geschlecht zusammen. Herstellung. Ganz viele Röhren. Zack. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich brauche noch mehr kleine Röhren. Herstellung. Machen wir mal. Herstellung. Kleine Röhren. Motoren. Und irgendwie anderen Kram. Das ist meins jetzt. Es hat zumindest Strom. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So, zwei. Jetzt zerfetzen wir dich noch. Ich meine, wir behandeln dich total gut. Ich brauche Stahl. Für die sieben hier. Ach, ich kann das wegen dem... Ach, verflucht sie meine Baukunst. Wirklich. Schlimm. So, Rampe. Du bist auch wieder mit dran. Zack. Dann kommt hier die Fünf. Okay, muss ich hier nochmal ausrollen. Und ich würde mal anfangen, die Teile wieder umzuschalten. Und wir hoffen, dass da angefangen wird zu bauen. Also hier werden Dinge gebaut. Das finde ich gut. Prinzipiell. Dann haben wir hier Solar. Die kommen wir hier auch nochmal mit rein. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Und sieben. Hier auf der Seite auch nochmal. Warte mal. Wir können doch hier eigentlich auch... ...diese kleinen Fenster nehmen, oder? Hier. So. Nichts. Da brauche ich aber eine Menge Stahl für. Das ist natürlich gut. Da brauche ich wieder Stahl. So, Produktion. Ähm, Montageanlage. Warten. Jetzt gucken wir, dass wir noch ein Torpedo bauen. Wie bist du ein Torpedo? Ein Boomer-Torpedo. Was für ein Gerät. Guckt's euch an. Diesen riesen Boomer-Torpedo hier. Nicht zu schwachen Nerven. Können wir vielleicht bitte erst mal die Schilder online nehmen? Da wäre ich voll froh drüber. Schilder? Ja. Nein. Vielleicht. Wie schaut's? Macht jemand Lust? Laune? Unterpassung? Nein. Okay, in der Richtung ist vollkommen okay. Das passt. Da mache ich mit. Okay, die hier können wir vielleicht noch mal ein, zwei Mal umdrehen. Ach ja, ach ja. Aber ist ein krasser Frachter, das kann ich schon mal mit gar nichts eingeflüstern. Guck mal, die sieben. Und die neun. Hm. Ja, auch nochmal. Dann wieder die sieben. Dann kommt die acht. So. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Wir werden außen aber ganz viele Solarzellen anbringen. Und natürlich ein Reaktor, wie es üblich ist bei uns. Ähm, wir machen ja sieben, ne? Sieben und die neun. Zack. Und hier wieder die sieben und die acht. Ehrlich? Ich brauche schon wieder Stahlplatten. Was ist denn die Möglichkeit? Die Stahlplatten kann ein Mensch brauchen. Ach, siehst du, hier muss ich ja gar nicht. Da kommt ja der Container rein. Da kommt ja der Container rein. Ich bin aber manchmal auch ein Team geschickt. Okay, dann kommt hier das Vent rein. Das Ventil. Das Ventil. Zack. Druck ablassen. Ja. Dann haben wir noch den Reaktor. Da fehlt mir schon wieder Stahlplatte für. Ständig fehlt mir irgendeine Stahlplatte. Sechs. Nice. Nice. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Was setzt man da mit rein? Irgendwas cooles, würde ich sagen, ne? Aber was? Was braucht unser Schiff noch? Ganz, ganz unbedingt. So richtig doll nötig. Was ein Block groß ist. Gar nichts, ne? Ein Dopplerradar. Das kommt noch mit drauf. Das geht natürlich wieder Stahl. Die sollte so anders sein. Hm. Dann nehmen wir uns nochmal einen Container. Und setzen den hier ein. Oh nein, ich muss die Schilder hier wieder rausnehmen, ne? Inventory, boh. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Oh, ist das doch... Oh, das ist aber schade. Das ist... Ich weiß nicht das Wort mit S, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Ach, das ist doch doof. Ach, Männö. Impulst. Das ist doch noch ein paar Impulstriegwerke dran. Wie viele großen brauche ich? Muss ich da mit Stahlplatte anfangen? Das ist ja immer verrückter. Ich dachte immer, ich brauche die großen Rohre dafür. Verrückt. Ausgesprochen verrückt. Ich habe doch aber gar nicht so viel im Inventar, oder? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. So viel dazu. Zumindest das können wir irgendwie bauen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das finde ich doch schon wieder ziemlich doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Verstehe. Interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ach, kommt schon. Jetzt dürfte ich theoretisch die andere Seite nämlich aufbauen können. Weil die so schön nach oben gelagert ist, ne? Bin ich clever oder bin ich clever? Eins, zwei, vier. Zwei in die Richtung. Eine in die Richtung, ne? Die werden ja jetzt gegendrin. Kriegwerke benutzt. Das ist jetzt das Neueste vom Neuesten, was wir hier benutzen werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, wir werden hier anfangen. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die andere Richtung geht auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach ja, das wird lustig. Da bin ich ganz sicher. Wird richtig Spaß machen. Ach nee, jetzt kein IMDC-Schiff. Die mag ich nicht. Die sind doof. Achso, das ist aber nicht mit uns verfeindet. Das finde ich immer noch besser. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann können wir hier nämlich gleich die Gegenpole noch setzen. Ah, hier hört es nämlich schon wieder auf. Schade eigentlich. Zack. Schade, 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 schade. Zack. Hier kommt die Acht nochmal dran. Mhm. Das gleiche machen wir hier drüben auch. Zumindest so weit es uns möglich ist. Zack. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Mhm. Das wirkt doch schon mal als Schiff ganz nett. So, Rampe. Da nehmen wir uns einmal die hier. Und die hier. Eins. Zwei. Zack. 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 Das müssen einfach mal zwei Special-Folgen. Ähm. Wenn ich gerade auf die Ohren sehe, ist es schon wieder eine Stunde rum. Das deprimiert mich irgendwie ein bisschen. Und wenn ich bedenke, dass dieses Schiff wirklich vereinfacht gebaut wurde, ne? Mache ich mir ein bisschen Sorgen um alles, was zukünftig noch kommt. So. Hübsch. Oder? Also ich meine so, für den Anfang. Zielen. Dann können wir hier noch. Besetzen. Und hier. Zack. Vorne haben wir es schon. So. Ach, das wird geil aussehen. Ach, ich habe jetzt den Meteoritenschauer gerade nicht so viel Zeit, Freunde. Da müsste er mich mal ein bisschen entschuldigen. Hier auch nochmal, da auch nochmal. Zack. Ach ja. So. Was brauchen wir denn hier schönes? Wir brauchen... Wettbewerke. Haben wir noch genug Wettbewerke? Scheiße, ich fürchte nicht. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich es sage. Ähm, zerlegen. Was können wir denn alles schönes zerlegen? Die würde ich gerne zerlegen. Energy flow. Wo kriegen wir eine Menge Eisen her? Ich bräuchte jetzt gerade echt eine ganze Menge Eisen. Das wäre super. Kriegen wir irgendwo FE her? Zum Ersten, zum Zweiten. Nein. Niemand. Das ist echt doof. Das ist wirklich arg bescheiden. Weil ich auch ehrlich gesagt mir nicht sicher bin, ob ich das Schiff hier irgendwie rausmanövriert bekomme. Ich meine, mit den Schiffen könnten wir irgendwie versuchen, die anderen Städten außer Betrieb zu nehmen. Das könnte noch ganz gut funktionieren. Aber alles andere wäre, glaube ich, zu wild. So, PES. Wir schauen mal. Passenger mit Starlight. Passage, Starlight. Zwei. Das geht da weg. Nehmen die acht dafür mit rein. Tada. Okay. Dann haben wir hier die. Was brauchen wir hier? Das gehört hierzu. Das bedeutet... Einmal den hier. Und eins mit einer Tür. Was ums Eck geht. Mit einer Tür. Also so eine Tür, die... So eine Ecktür. So eine ums Eck schwingende Tür. Wäre cool. Haben wir eine ums Eck schwingende Tür? Das sieht nämlich nicht so aus. Ach, ich habe meine Spezialwünsche immer, ne? Tja. Was machen wir da? Da können wir nicht sehr viele machen, ne? Zack. Zack. Und hier haben wir dann... Door. Da brauchen wir jetzt aber wirklich... Passenger... Door. Okay. Door. Genau so. Zack. Da geht es hier rein. Dann hier hoch. Dann hier entlang. Dann hier rein. Da kannst du dann hübsch rausgucken. Die müssen umgebaut werden. Da brauchen wir die anderen. Die wir jetzt gerade haben. Moment. Das wollte ich wieder nicht. Ich wollte F10. Die Tür muss wieder weg. Und ich brauche die neuen. Cool. Hier ist die Küche. Hier hinten ist Brücke-Maschinenraum. Pass mal auf. Ich werde gleich mal was versuchen. Energy below. Die Protus-Korvette sieht nämlich nice aus. Die möchte ich eigentlich gerne haben. Die können wir bestimmt noch mal zerlegen. Wenn es uns so an Eisen mangelt. Momentan. Weiter. Wir essen das hier. Wir trinken das hier. Meint er, die kriegen wir? Notageanlage. Wir schnappen uns die Küche, bitte. Wir werden sie... Wir brauchen sie einfach. Und zwar schon alleine wegen der Triebwerke, die da dran sind. Ich weiß. Wir wollen immer nur das eine von denen, ne? Das ist schlimm. So, wir nähern uns jetzt in seiner Protus-Korvette. Die ist eigentlich recht gut bewaffnet. Vielleicht können wir uns da noch den ein oder anderen Taktik-Tipp abknuspern. Ja. Ach, guck doch mal, wie schön das aussieht. Der wird es ja eigentlich gleich mitmachen, wa? Zwei mal rein. Meins. Und was war das? Warning, Vanilla, Reppin, Toolbar, Action, Detected, bla bla bla. Inventar. Bedientfeld. Tag. Ich hätte gern einmal alles. Und das hätte ich gern übertragen auf ich. Hier wohl. Das ist ein Fernsteuerungsblock. Mhm. Den muss ich finden, den Fernsteuerungsblock. Der ist ein Problem für mich. Hm. Computer, 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 noch mehr Computer. Ich möchte gerne mal das Licht anmachen. Hyperantrieb. Na, so mag ich das doch. Gab es hier Waffen drin? Nee, nee. Also bis jetzt zumindest noch nicht. Ich muss den blöden Fernsteuerungsblock finden. Wie glaubst du es denn? Das vergisst du mal, das blöde Inventory. Ich versuch den blöden Fernsteuerungsblock zu finden. Hat den irgendjemand hier sehen hier? Ich erwarte doch jetzt noch nicht viel, oder? Lediglich den blöden Fernsteuerungsblock. Ich suche nur den blöden Fernsteuerungsblock. Mehr suche ich ja nicht. Ach, wirklich. Der muss hier irgendwo sein. Meistens ist der doch irgendwo mit hier so. In der Ecke. So, du bist eine Antenne. Hier ist das da, wo ich suche, wo es ist. Geht doch. Ab jetzt habe ich das da. Kurs setzen Richtung Basis. So, langsam abbremsen. So, wir gehen uns langsam in diese Richtung. Jawohl. So langsam hier hin. Und dann über zwei Eckenkanten nach da hinten. So, vielleicht das Abkampfmanöver. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Mein Gott. Was hier alles so rumliegt. Und was ist das große da hinten? Ist das ein angestürztes Schiff oder so? Diese Schiffe sind aber alles so furchtbar ineffektiv im Bau. Das kann ich daran so gar nicht leiden. Die Bremsen stecken runter. ...... Da vorneتى! Da vorne bin. Ja. Was ist das riesige Ding dahinten? Das ist gigantös. So, wir schalten die Triebwerke aus. K. Dann hätte ich gesagt, einmal alles von hier bis da. Wird auf niemanden übertragen. Und dann wird ab sofort erstmal geplündert. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch alles drin haben. Aber scheinbar nichts, ne? Zum Frachtraum. Wir hatten doch hier so viele Frachträume. Ich meine, diese Korvette muss doch irgendetwas transportiert haben, oder? Also die Reaktoren. So viel ist klar. Die sind ganz cool. Reaktoren. Bla, bla. Triebwerke. O2. Convoier. Das Schiff wird auseinandergepastelt. Aber das Zeug haut dich. Du meinst. Kannst du aber wissen, du. Demontage. Demontage. Was will ich demontieren? Genau. Die großen Triebwerke erst mal auseinandergenommen. Kannst du an den Schiff weiterbauen können. Hier steckt einfach etwas in Technik drin. Ich meine, die mit so einem Schiff Triebwerke sind rückständig. Kannst du absolut nicht gebrauchen. Inventory full. 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 Diese Ionentriebwerke, die haben halt absolut keine Schubkraft. Die sind auf lange Reisen und, ähm, Unterstützung halt ausgelegt. Die Impulstriebwerke sind einfach zehnmal besser. Okay. Okay. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. genau die hier nehmen wir noch weg haben wir frontal noch irgendwas ja hier wir dürfen nicht vergessen wir haben nicht die volle kapazität das ist noch mal riesen problem bei uns im schiff verbaut die hier auf den gleichen aufstieg hast sondern wir haben die komplette antriebskraft hinten in den hinten wollte ich gerade sagen einfach hinten produktion was haben wir hier sind die antriebe schon fertig ich weiß nicht ob das genug antriebe sind um uns hier irgendwie zu retten ok sekunde was wir jetzt brauchen ist noch ein orb zwei orb einer hier und einer hier na wie wäre das die finde ich doch hier eigentlich ganz toll so was mangelt es jetzt hier immer noch triebwerke 175 ich habe doch beinahe 100 triebwerk abgebaut was soll ich denn noch alles klauen wie viel triebwerk willst du hier verbasteln ist so die frage bedienfeld was haben wir hier noch schönes die hier demontieren verschweißen bedienfeld machen wir nochmal die anderen an nur schweißen bitte ich möchte gerne ich möchte gerne ja wirklich ein bisschen vorangepusht kriegen ja das kann das ist erstmal weg so so mhm 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 das kann mhm 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 das hier noch hübsch mhm quindi eine genمة kann ich natürlich nicht setzen So sollte ich auch. Dann haben wir noch die Aufwärts... Die Gegentriebwerke tatsächlich. Die Aufwärtstriebwerke habe ich ja schon. Magisch. Aber die Aufwärtstriebwerke brauche ich ja genauso. Bringt es mir ja nicht viel. Wenn die fehlen. Irgendwas muss mich auch anlangen. Das bringt mir ja herzlich wenig, wenn ich da so runterrutsche. Zack. So, wir haben fast alle Triebwerke fertig. Noch die frontalen Abbremstriebwerke. Aber der Pin war hinten. Geht wird. So, geh. Im Pilz. Da kommst du zum Einsatz. Und du. Und haben wir so ein hübsches kleines Eckteil? Nee, nee. Schade. Dann machen wir es bloß so. Zack. Zack. So ein bisschen auf Warp-Gondeln gemacht. Weil das unsere Impuls-Gondeln sind. Die Impuls-Gondeln habe ich gerade eben erfunden. Ja, immer so. Spaß. Nicht Spaß beiseite. Wir haben hier schon das große Glück, dass wir das so verleihen haben. Also, warum nicht machen? Warum nicht einfach mal machen? Uns fehlen immer noch Triebwerke. Das finde ich bedenklich. Montage. Produktion. So. Haben wir jetzt eigentlich alles zerlegt, was wir zerlegen wollten? So, was fehlt hier vorne? Field Modulator. Okay. Gut. Hier würde ich nochmal ein Schild einbauen. Einfach, weil wir es können. So. Dann gucken wir nochmal nach ganz unten. Hier muss das ja irgendwo gewesen sein, ne? Digi. Udi. Das hier. Und das ist ein nordsmäßiges Problem. Und dieser Oral Detektor. Auf geht's denn die andere Seite. So, okay. Förderband. Da. Und ein Oral Detektor. Jo. Der hier. So, dann haben wir die sechs. Eins, zwei. Der kann hier weg. Der kann weg. Der kann weg. Schon ein bisschen langweilig. Wir brauchen vielleicht nochmal so eine Passenger-Ecke mit Luftwirkung. Nein, hier wird nicht geschossen. Hört auf damit. Immer diese Barbaren. Okay, okay. Zeit. Okay, habe ich gerade nicht da. Dann brauche ich jetzt hier erstmal die sieben. Die sieben, habe ich gesagt. Die hier. Genau. Gut erkannt, Sherlock. Nochmal ein Shield. Was kriege ich hier vielleicht noch unter? Ähm. Aber das tat weh. Okay, machen wir nochmal Oxygen. Oxygen ist ja recht wichtig, habe ich mal gehört. Okay. Batterien. Batterien. Batterien brauchen wir auch immer. Dann habe ich mal gehört. Ähm. Ähm. Genau. Eins, zwei, drei. Dann habe ich mir gerade überlegt. Könnten wir den hier wieder rausnehmen. Und die Shield. Ich meine, die passen hier definitiv hin. Das ist nicht das Problem. Hier kommt die sechs hin. So, ich habe noch einen Wind. Zum Einlassen. Wenn man in der Sauerstoffatmosphäre ist, kann man da wunderbar das Oxygen aufsammeln. An nichts anderes wurde hier gedacht beim Bau. So, dann haben wir wieder Impuls. Und hier würde ich sagen, einmal nach oben. Einmal nach unten. Und einmal hätte ich gerne noch zur Seite. Ich werde mir überlegen, ob wir das hier genauso machen. Da ist die Batterie. Die Batterie wieder raus. Und machen hier nochmal. Sechs, G und Oxygen. Ist halt auch einfach geiler Scheiß, ne? So, dann die neun wieder. Eins, zwei, drei. Cool. Und G. Und G gucken wir damit hier. Wo ist es? Hier. Den da. Den da suche ich. Der ist cool. So. Ha, ha. Das Schiff hier drüben ist ja immer noch da. Was soll das denn? Macht es weg. Entfernt es. Wie kann das Ding noch rein? Äh, auf meiner Reichweite gehen. Läuft auf jeden Fall hier bei uns. Das große Kanonen-Ding, das kann eigentlich auch weg. Es bringt uns in den Voltanz gar nichts. So absolut gar nichts. Das ist eine Notageanlage. Wir brauchen mehr Eisen. Ähm. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann müssten wir mal Eisen holen. Das ist eine gewagte Theorie, ich weiß. Aber sie sollte... ...machbar sein. Verrückt. So, jetzt sind wir hier drinnen. Dann geht's hier hoch. Hier haben wir die Crew-Quartiere. ...den... ...den... ...ganzen anderen Kram. Und die Brücke. ...machbar sein. Hm. Ich verstehe. Das ist ok. Nehmen wir hier den Zex. oxygen und ein container die sieben hier muss die sieben rein kommt hier die neun hin die sieben noch mal ein kleiner cargo container und hier theoretisch die first aid station theoretisch genau die hier die gute alte first aid station was haben wir noch schönes konsole ich schiebe all tritanium für es ist doch es ist doch bescheiden macht doch sowas nicht mit mir sowas könnt ihr nicht machen ich krieg hier hoffnung die werden einfach wieder zerstört es ist doch deprimierend machen wir es hier Ich brauche LCD, LCD klingt erstmal gut. Brauche ich aber erstmal eine normale Intervialampe für. Ach, das ist doch ein Witz. Das kann weg, das kann weg. G, LCD. Ich will diesmal einen LCD-Bildschirm nehmen, ich sehr brauche. Inhalt, Skript, Künstlicher Horizont wäre ganz cool. Ach ja, meine Energie ist ziemlich knapp, das habe ich mitbekommen. So, Inventar, ich muss nochmal was trinken. Und nochmal ein Happen essen. Und nochmal was trinken. So, dann kann ich wieder nach vorne laufen. Wo der Spaß hier auf mich wartet. Gut. Offensichtlich. Wie mangelt es uns an allem? Wenn ich das so richtig sehe. Nein, nicht auf mein Schiff. Nicht auf mein Schiff. Ich hab die Antriebe. Das ist doch gesteuert. Das ist doch gesteuert. Ähm Oha Oha Das ist ein bisschen noch Laser Der hier, der hier, der hier Der ist raus Der hier auch Wisst ihr noch, wie schön das Leben war Vor langer, langer Zeit Als alles funktioniert hat Aus Die sollen das ruhig mal machen Dann können wir daraus nämlich Eisen herstellen Und daraus wieder Lustige kleine Dinger Da muss ich langer So, was habe ich hier Das nehmen wir mit Das 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 Und ein Schweißgerät Wäre cool Haben wir irgendwo noch so ein Hightech-Schweißgerät? Fände ich super Da ist ein Hightech-Schweißgerät Ich brauche Schlaf Ich bin völlig übermüdet Das ist so realistisch Das Spiel ist glaubt ihr gar nicht Ah So Ich darf euch unser neues Schiff vorstellen Völlig unfertig Und halb ramponiert Die USS Magdeburg Ich kann nicht mal im Ansatz sagen Wie viele Triebwerke wir noch ungefähr brauchen Um das Ding zum Fliegen zu bekommen Aber wir können es mal versuchen Okay So viel dazu So So Carreparatur Können wir auf Flugmodus stellen Demontieren Und Rep Magdeburg Speichern An Wir setzen mal nach da hinten im Kurs Ein bisschen nach oben Nice Vielleicht können wir da ein bisschen was wegfahren K Die kriegen übrigens auch noch das Von neutralen Besitzern Zack Jetzt gehen wir einmal nach vorne Sollten die hier unten eigentlich anfangen zu bohren Also zu schweißen Also zu sägen Krieg das hin Ich schaff das So Jetzt geht es einmal nach hier oben Das da nehmen wir noch mit Ich will da vorne einfach die Verbindung schon fertig haben Ich will da vorne einfach die Verbindung schon fertig haben Und noch ein paar Computer Die sollten wir drinnen aber auch finden Zack 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 Und da vorne Siehste Jetzt dürfte ich genug Computer dafür haben Tada Jetzt ist vorne die Rampe auch fertig Geil Find ich saugut So was haben wir alles dabei Nichts wirklich relevantes Ja das ist deprimierend Bisschen Kobalt Wir farben noch von da drin einiges weg Und dann gucken wir zur nächsten Ich meine ein bisschen wehren können wir uns ja schon Zumindest fliegen können wir Also warum nicht Wenn die Triebwerke erstmal alle richtig funktionieren Dann sehe ich da auch absolut keine Probleme Ich glaube hier hinten geht es zum Hangar Das ist auch eigentlich ziemlich dolle nice Finde ich saumäßig cool ABG AK PD Phaser MD Speichern K Die Phaser Okay 1,5 Radius ist vollkommen legit Dann gehen wir auf G Gruppen Die Phaser Umschalten Umschalten Ähm Ähm Mhm Nur schweißen Oder Nur demontieren Was haben wir hier Verriegelung Cool Autopilot Auch nice Umschalten Umschalten Sehr sehr nice So Torpedorampen 5 von 6 Können wir erstmal schließen Würde ich mal sagen Fliegen wir einfach mal kurz weiter Nein 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 Wir müssen einfach eine Station finden Ich meine es scheint ja viele Stationen zu geben Gerade so hier in der Nähe Dann wird einfach noch mal eine mit ein paar Triebwerken zu finden Sinn Mhm Mh Nö Mö 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 Das Ding fliegt sich wie ein ganz schreckliches Flugzeug. Das sollte eigentlich mehr so ein Raumschiff werden. Die Sieger wollen Happy Happy machen. Und das nicht nur, weil meine Triebwerke noch nicht so fertig sind wie ihre. Ohne ausreichend Schilder und Triebwerke brauche ich gar nicht durch die Gegend fliegen. Machen wir mal Kehrtwende. Okay, wo ist es? Die müssen doch hier irgendwo noch mal so ein paar Stationen haben, oder? Ich meine, die können ja nicht so wenig Stationen in der Gegend rumstehen haben. Wir könnten mal auf gefährlich präzise Distanz an den da ran. Und mal gucken, ob der da so feuert. Das Military Parts Depot würde ich gerne mal angreifen oder versuchen anzugreifen. Das ist schon wieder rausgetämmt. Okay, wird eine krasse Zwei-Stunden-Folge. Ich sehe das schon. Hm? 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 Wir haben wohl gerade das letzte kleine Problem, dass wir nicht genug Sauerstoff haben. Dann würde ich einmal hier zumachen und hier auch. Jetzt dürfte hier eigentlich... Genau. Luft. Luft! Luft. Auswegmanöver fliegen. Ich freue mich, sie sind aus der Schussreichweite. Okay, also so leichten Beschuss halten die Schilder aus. Das freut mich doch. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Zwar nur eine Nachricht. Aber sie hätte schlimmer sein können. Die Schildwerke, die funktionieren auch ganz gut. Wir schauen mal. Jetzt einmal nach hier. Und wir schauen uns das hier unten mal an. Wie weit wir hier jetzt noch Ressourcen rausschnabulieren können. Gar nicht. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Dann würde ich zu der anderen Station noch rüberfliegen. Und wir hoffen einfach das Beste. Neun Kurs setzen. Returnen bringen sie uns raus. Weißt du, wir sind von Bäumen aufgehalten. Das ist auch so traurig. Es ist halt wirklich eher ein Flugzeug. Also die Triebwerke reichen bei weitem noch nicht aus. Wir können ruhig noch drei hinten dran. Beziehungsweise haben wir ja eigentlich noch welche, die vorne dran mussten. Wir gucken uns nochmal die Basis da an. Und dann ist gute Nachtzeit, Freunde. Es ist nun misschien wieder verdammt spät. Und so spät wollte ich gar nicht ins Bettchen heute. Kann man wohl nichts machen, ne? Wir nähern uns hier langsam. Das ist gut. Würde ich da nicht hinten rausfliegen? Tada! Ich wollte hier gucken, was hier noch zu holen ist. Aber tatsächlich nichts weiter, was von großem Interesse für uns wäre. Ich meine, ein Haufen Kleinteile. Die werden wir noch rauszwicken. Da können wir eine Menge draus machen. So, haben wir jetzt schon alles eingesammelt. Okay. 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 mal auf, wenn wir jetzt die Reparatursachen auf den Schweißen setzen, ne? Müssten die dann nicht unsere Sachen jetzt reparieren? Nur mal so als kleine Idee. So, Flugmodus. Ähm, Schweißen vor demontieren, bitte. Jetzt muss ich erstmal nur Schweißen, ne? Jetzt hätte ich gern, dass ihr mich repariert. Und wenn ich ins Inventar gucke, ne? Haben wir hier 1000 Triebwerkskomponenten. Und 6000. Willig. Die müssten ausrechnen, um unser Schiff zu reparieren. Warum wird da nichts gemacht? K. Wir gucken uns mal die Reparaturteile einzeln an. Ach, ich glaub, die sammeln erstmal auf. No. Sie sammeln das ganze Zeug ein. Und das sollen sie ja auch machen. Dafür sind sie ja da. Der Zeug einzusammeln. So, hier kommt die Fünf nochmal rein. mal ein bisschen reparieren. So, Container. Der hier. So, genau. So. Den Rest müssten eigentlich unsere Reparatursachen bauen. Zack. Also, unser kleines Transportschiff. Haben wir hier noch irgendwo Gears? Die hier wären ganz cool. Damit wir die noch irgendwie einbauen könnten. Hier so. Warte mal. Eins, zwei. Hm. Hier vorne und hier hinten wäre möglich. Also, hier vor allem. Zum Landen auf anderen Planeten. Hm. So. Jawohl. Und so. Und dann müsste es nochmal... Hier vorne... Theoretisch auch einen geben, ne? Hm. Hm, dachte ich mir. Neun. Hier müsste es schwingen, dass ich gerade ein bisschen leiser bin. Ähm, oder stiller vielmehr. Ich bin gerade voll konzentriert hier am Bauen. Und voll fasziniert, dass der hier noch immer nicht weiter baut. Das finde ich eine Frechheit. Aber ich nehme an, die sind immer noch dabei, hier die Dinge weg zu transportieren. Und das dürfte auch nicht mehr so viel sein. Militär Ajax. Okay, wir warten ab. Wir gucken mal. Und vielleicht kriegen wir hier heute noch was richtig Nices hin. So, was fehlt uns hier? Metallgitter. Da finden wir doch bestimmt auch noch was. Hm. Sehr, 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 sehr nassiv. Gefällt mir. Tatsächlich doch sehr gut. Hätte ich jetzt auf die Schnelle nicht gedacht, dass das passt. Davon nehmen wir nochmal was. Davon nehmen wir nochmal eins. Und unser allererstes Schiff ist damit quasi fast komplett. Natürlich fehlt noch ein bisschen Verkleidung. Und hier und da fehlt noch ein Triebwerk. Das könnten ruhig nochmal ein paar mehr sein. Und gerade was hier vorne angeht, so ein bisschen das Manövrieren ist noch nicht ganz so perfekt. Wir haben nur ein paar Torpedos. Das könnten auch mehr sein. Jetzt müssen sie, die könnten vielleicht sogar noch ein Stück nach vorne. Und da geht's los. Das Schiff wird in den letzten Zügen nochmal ein bisschen aufgerüstet. Mit den neuen Triebwerken. So, jetzt nehmen wir das hier noch mit rein. Und erweitern das Ganze hinten einfach nochmal ein Stück. So, jetzt machen wir das so, dass wir uns hier was wegschieben kibitzen. Geiler Scheiß. So, jetzt machen wir das so. Zack, 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 zack. Und die acht. Eins, zwei, drei, vier. Geil-O-Matico, Freunde. Sieben. Geiles Teil. Jetzt kommt die acht. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl, einfach zur Verbesserung. Hangar, da haben wir die hier. Einmal, zweimal, dreimal. Der gute alte Heim, ja. So. Bedienfeld. Unvollständig sind noch ein paar Batterien, Impulstriebwerke. Aber das scheint langsam zu werden. Ich will mal gucken, wo die Impulstriebwerke unvollständig sind. Hinten, ne? Auf- und Abtrieb. Na ja. Das wird langsam. Ich bin beeindruckt. Das Schiff sollte aber trotzdem genug Ressourcen geladen haben. K. Hier. Demontieren. Was sagt unser Inventar? Wir haben den Großteil wirklich schon aufgebraucht, ne? Produktion. Zerlegen. Ui. 600, was ich davon gerne rausnehmen. Sehr geil. Das wird doch. Während der hier noch einiges zerlegt, können wir so langsam die Heimreise antreten. Moment, wenn ich Gas gebe, fliegen wir irgendwie nach unten. Das verstehe ich nicht ganz. Müssen wir nicht nach oben fliegen? Achso. Fehlt mir noch ein. Ein Car. Ein Gear. Gear. Gruppe. Gear. Gear. Ich will doch umschalten. Sieben. E. Sieben. Ich bin verwirrt. Zugegebenermaßen. Was soll der Quatsch? Hm. Ach, was die nicht sagt. Und was mache ich jetzt dagegen? Ich habe hier ein kitzekleines Energieproblem, wie es scheint. Die Hand haben sie gelöst. Aber ich komme nicht vom Fleck. Produktion. Wir müssen einfach noch ein paar von den Schwerkraftteilen kaputt machen. Und dafür einfach noch ein paar von den Driebwerken reinnehmen. Hm. Zwei. Wenn, dann hätte ich lieber, dass hier erstmal irgendwas repariert wird, bevor es weiter kaputt gemacht wird. Wir sollten hier definitiv weiter mehr reparieren. Das finde ich eine super Idee. Ich meine, wir haben hier so viel Kram drin. Oh, Zonenchips. Ach, das Eis ist aber auch so ganz unnötig, ne? So ganz dolle unnötig. Ach so ein Mist. So ein Mist. Wie geht es? Mhm. mhm so gehen wir nach vorne gucken was braucht man hierfür nicht mehr viel wie es scheint gut wir versuchen das ganze einfach nochmal vielleicht klappt es jetzt besser k ok der ist aus der ist aus der ist aus automatische verriegelung 7 ich werde hier noch wahnsinnig kann das sein produktion mhm das kann ganz gut sein bedientfeld was haben wir noch an unvollständigen immer noch ein paar impuls trittwerken die unvollständig sind und schilder das ist natürlich dürf und da fragt man sich wieso ist das so so das fragt man sich hier so wir machen hier nochmal was machen wir hier ich habe keine Ahnung KI Flugbewegung steuert die Bewegung eines KI-Netzes unter Nutzung von Triebwerken und Gyroskopen bei der Verwendung in Verbindung mit einem KI mit anderen KI-Blöcken versucht er das Netz von anderen KI-Blöcken bereit ok das ist aber wild was es nicht alles gibt ich bin erstaunt und verängstigt ein Glühstier cool ist das hier alles schon aber es bringt mir alles grad nicht viel ne na gut wie wir aus der Misere wieder rauskommen das werden wir in der nächsten Folge sehen denn wir sind bei zwei Stunden angekommen ich denke zwei Stunden ist eine gute vernünftig krasse Folge und wir werden sehen wo es uns hinführt vielen Dank fürs zuschauen fürs dabei sein fürs mitmachen und so weiter und so fort hat mich sehr gefreut bis zum nächsten Mal Tschüss